ARD Text im Auftrag von Funk Hey Gamerino, ich bin Marc, der BMAC Wir sind im Finale des European Shield Cup Wir haben gegen die Belgier gewonnen und jetzt geht es gegen die komischen hier unten links Wer auch immer ist Ähm Wir können noch ein wenig Schauen, was wir mal wollen An der Pressekonferenz haben wir auch noch Also komm Sport Diese Scheisse Verunsichern die wir natürlich Die loben die wir überhaupt nicht Leih mit Kau... Wir haben uns letztlich dazu Karl Lotz der BMAC Überlassen sie aber Anstens die Option zu kaufen und der Spieler zu instossen Okay Ähm Ja, ja, komm Wollen wir den mal annehmen? Vielleicht ist der gut Keine Ahnung Mal schauen Wir haben ja wieder mehr Geld bekommen Jetzt gehen wir mal schauen, dass wir noch etwas Die 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 Mannschaft ein wenig auf Auf die Insel Was brauchen wir? Wir haben jetzt auch gut Wir sind eigentlich überall so etwas Okay Aber mega gut sind wir jetzt eigentlich nie Ähm Zentrales Mittelfeld Das ist doch schon mal gut Ah Gehen wir mal in die Liga Gehen wir mal Premier League Komm, gehen wir in die Premier League schauen Status Alle Komm Team ist aber Es ist mir egal Und jetzt suchen starten Oh shit Suchen starten Mal schauen was sie hier haben Der sieht gut aus Der gefällt mir schon jetzt Was ist das Stoke City ist der? Was hat der da hier? Wäre einfach auch etwas Das Problem ist, du musst immer so wie ein Scout ansetzen, dass du weisst ob der etwas kann oder nicht Ähm Ähm Oh der sieht toll Der sieht ein wenig aus wie der Daniel Radcliffe He Der hört es mir noch Ja Tom Carole Oh Hier Okay Oh der gefällt mir schon jetzt Oh ja dann nehme ich Maruane Falaini Hier der ist super Der nehme ich Ähm Wie viel Wert 8 Millionen Komm Wir haben ja den Stutz Wir haben ja 8 Millionen Bullshit Wir bieten dir 10 Millionen Für diesen Traumtyp Komm hier Ah Vielleicht 10 Oh nein Warte Komm 10 Millionen Komm Hier Den würde ich mir verkaufen Für 10 Millionen Das ist mir das wert Sehe ich sympathisch aus Ich schon nur weil er so gut aussieht Mal schauen ob sie ihn wollen Ähm Ähm No Die Zakaria ist enttäuscht dass er nicht der Startelf ist Sorry Du bist halt einfach nicht der Beste So Okay Also Ja dann spielen wir hier das Finale Oder Das Finale spielen wir natürlich mit der bestmöglichen Mannschaft Ja Wir sind hier Heim Heim Super Die können Das anlegen Ich glaube Ja das wir gehen Für das gehen wir jetzt wirklich mal mit der bestmöglichen Mannschaft rein Da nehmen wir die Jungen jetzt nicht rein Ah Jetzt musst du ihn schauen Und da kommt er Wow 1000 Und 2000 Und 2000 3000 Und 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 4000 5000 5000 Wow Huregut Exzellente Leistung Wow Hey Nicht schlecht Gruss Eigentlich gefällt mir das FIFA 17 sehr gut Es ist halt einfach immer das gleiche Sport lockieren Und Young Boys Lüda Wow Ja Aus ihm sollten wir heute besonders achten Vier Torformat in dieser Saison Spitze in der Liga Da ist er Sieht halt schon sehr aus wie Realität Sieht halt schon sehr aus wie Realität Sieht ein wenig aus und hat zu viel Bier getrunken Also mal schauen wir mal was hinbringen Und jetzt geht's los Gegen die Belgier Und das ist unsere Chance kurzen Weg auf die Aufstellung zu werben Sie gehen mit einem 5-3-2 in dieses Spiel Fünferkette also hinten Wir werden sehen Wie offensiv dann die Aussenverteidiger ihre Rolle interpretieren Suleimani Oh das Suleimani Schau in der Träume Schau da kommt der Pass Hier kommt der Pass Hier kommt der Pass Gernt Aber niemand ist um Niemand ist um Niemand ist um Komm 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 Schau 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 Hopp Belgier da Nicht da Belgier da Nicht da Belgier da Nicht da Das ist für mich auch ein Mysterium Noch nie Brügge Wer kennt Brügge Jetzt geht's vorne Schau 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 Oh shit Das ist mir voll in Schoss gelarcht Vollkommen Problemlos Defensiv wahnsinnig gut So Suleimani He 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 Ja Oh Winter Jetzt ist der andere Stork gestorpt Der Gegner hat den Ball Er liegt von Berger, der kommt auf den Boden. Schau hier! Komm, komm! Ja du, nichts, boxen wir raus! Wir haben Zeit, und schon bald gehen wir noch ins Penalti-Sies. Das erkenne ich nichts. Das könnte eine Gelegenheit werden! Ja, musst du jetzt nicht gleich so durchdrehen. Nein, das ist nichts, das ist nichts. Ja, was ist das? Da geht gleich mein Handy, das ist so schlecht. Kubo. Kubo. Benito. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenhaus. Ja, 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 ja. So. Hopp da. Oh, oh. So wie die Schiessen machen. Ich habe nicht das Goal. Leck du mir! Also komm, raus! Weisen! Oh, und dann gehen wir runter. Jetzt gehen wir oben durch. Komm, oben durch. Oben durch, komm! Bewege deine Fütter, dein Fütter! Schau da, schau da, jetzt drin! Und, und, die Flanke ist gut, die Flanke ist gut! Und das ist das Goal! Hey! Hey, 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 hey! Leck du mir! Schau, wie sie da Freude hat, dein Fensel da! Ein Traumverlangen! Bäm! Tschüss, gehen wir schlafen! Das muss er erstmal so hinkriegen! Ja, der Treffer gehört zur Hälfte des Vorlaggeber! Keine Frage! Bei dem Treffer hat alles gepasst! Buschi! Die Hereingabe! Der gute Abschuss! Ein klasse Tor! Und da haben wir endlich das erste Tor! Man muss sagen, es hat sich nicht unbedingt abgezeichnet, Buschi! Haha! Ganz und gar nicht! Wir haben ja kaum Torchancen gesehen! Aber vielleicht geht jetzt mehr! Oh, oh! Wird das seine Torchancen? Nein! Nein! Niemals! Oh Gott! Oh Gott! Nein können sie nicht! Wir haben ja also den Ausgleich geschafft! 1-1! So, da! Bravo! Jetzt könnte es gefährlich werden! Sauber vom Ball gesetzt hier! Und da gibt es jetzt den Einwurf! Hoho! Oh mein Gott! Super knapp! Komm, bewegt dich. Letzter Angriff vor der Pause. Oh, dann gibt es die Hose. Oh, blöde! Ah, Schatz. Blöde Wichser. 1-1. Ich glaube, Kubo hat nicht mehr so die Pfiffe. Vielleicht bist du ein wenig müde. Komm da. Nein, wir haben lieber den Zakaria. Das ist besser laut Statistik. Also, komm. Bring ihn. Bring ihn. Komm. Tom de Souter gegen Jaya. Kuba geht schlafen. So, hopp. Oh, dann kommt er, dann kommt er. Komm, schieße rein. Ah! Komm, komm. Komm. Ich muss gerätschen. Komm, blöde Sieh. Ja, du. Nichts. 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 Nein, aber du musst doch nicht rauskicken. Kannst doch mal... Ah, Gott. Bist du blöd. Ja, ja. Ein Kopfball. Schuss. Das war die Gelegenheit. Aber es bleibt beim Unentschieden. Das interessiert auch niemand. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Aber er kann es nicht. Schau mal die Verteidigung an. Da kommen meine Grenzenhauten. Komm, 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 komm. Über die Mitte, über die Mitte. Jetzt gehen wir in die Mitte. Über die Mitte, über die Mitte. Ah! Komm, komm, komm. Genau. Genau. Komm, komm, komm. So, komm, komm. So, so, so. So, so. Und, rein! Oh mein Gott! Aber jetzt, komm, jetzt kann er rein. Bablaaaa! Oh mein Gott. Komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt. Innen, innen, innen. Innen, jetzt kann er nicht mehr so die indicieren. Oh mein Gott. Ich tu? Komm, du blöde sich Shankar. Komm, komm, komm! Komm, komm! Blödeı arrow. Äckr! Äckr! Damit es jemanden lieb'. Komm 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 JA! JA! Schau jetzt das an, das war wieder eine Flanke Du bist wiedergegangen, das ist doch egal was er gemacht hat 2-1 Oh mein Gott Komm da, komm komm Schau jetzt, schau jetzt, schau jetzt, durch den Säckchen Fahr ab du blöder Sieg, fahr ab, komm jetzt gibt es den Todeskumpen So komm, ja Komm rein, komm Und Eigo, 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 Eigo! Eigo, 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 Eigo! Er gelingt auch immer rasch an, der ist wirklich geil, zu Teil, sieht es wirklich so aus wie sie eben sind Ludo, mit dem Knochen zieht er ihn rein! Bravo! Jetzt gehen wir noch nach hinten. Dann nehmen wir den Knochen rein. Und das Sutter zieht er auch noch von Bergen. Jetzt gehen wir in die Verteidigung und rettour fahren. Sehr defensiv. Und? Sie haben den Knochen gewonnen. Ja, er hat eine Freude. Ja, wir sehen genau gleich aus. Er will sein Knochen halten. Ganz gut. Schau, wie sie sich freuen. Ja, und er ist am Rennen. So schlecht, so schlecht. Schau, hier. Wow, European Continental Shield. Jetzt geht's. Das war's für heute.